hallo und willkommen zurück freitagnachmittag und ja wir sind wieder auf der nf marsch und wir sehen ich habe es wirklich geschafft und das zucker rübenfeld ist runter das hier ist jetzt der letzte der muss noch einmal abfahren ja was na klar passiert ist wir sind durch die mietkosten ganz schön ins minus gerutscht aber um das ein bisschen abzufedern werden wir jetzt erstmal den rübenroder zurückgeben das schneidwerk dazu den lkw geben wir hier die umsetzmaschine die war auch nur gemietet wusste gar nicht dass wir die noch haben die geht auch zurück ja die anhänger also das bleibt erst mal auf jeden fall aber erst mal was gutes geschafft würde ich sagen wir schauen mal der fährt jetzt noch mal weg hier haben wir noch ein bisschen diesel den wir verteilen wollten ich denke wir werden jetzt auch relativ schnell schlafen gehen wir packen den diesel mal gucken auf der rechten seite können können wir mit mir teilen den aufkommen halbes fass hier halbes fass im nächsten dann sieht die sache wieder ganz anders aus wir haben noch ein wagen mist stehen den werden wir auch gleich noch einmal weg bringen und ich denke mal danach geht es wirklich nach hause schlafen ab in den dezember rein und ja dann werden wir sehen wie es im dezember aussieht wie gesagt wir müssen gucken dass wir irgendwie an geld kommen so der kann ich hier entladen genau hier das ist unser kollege mit dem mist da muss jetzt mal gucken holz gülle ja wasser rüben schlitzel anlage ist egal bei der dünge herstellung wird am meisten mist gebraucht also bringen wir ihn da noch runter neun kaufen können wir uns eh nicht wegen kein geld aber was wir machen können ist sobald die zuckerrüben oben angekommen sind können wir mal den blick drauf werfen wie viel wir jetzt wirklich in der produktion drin haben also wir haben ja gesagt wir brauchen ich meine 2,8 millionen um für ein jahr ausgesorgt zu haben ich schätze mal dass wir es geschafft haben ich habe es nicht ganz so im blick aber das werden wir auf jeden fall gleich noch rausfinden ich denke wir werden den hier auch jetzt einfach dann hier stehen lassen wenn welche abgeladen haben so der mist wird abgeladen sehr gut dann gucken wir gleich zum glas rüber äh wie weit der ist so ja guck mal der ist auch genau jetzt da oben dann machen wir das noch schnell selbst abladen der geht erstmal dann zurück zur werkstatt und man sieht es hat sich einiges getan glaube ich weil das heißt wir wollten ja oder wir können jetzt gleich die produktion anschmeißen hier wenn er mal gespeichert hat drei millionen das ist doch genau das was wir brauchen so das heißt hier wird angemacht der schichtbetrieb wird angemacht dann würde ich doch sagen wir sind hier let's sleep dann wird der das minus noch viel 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 größer werden sondern wir schlafen mal bis zum 9 uhr weil wir wissen ja die kreditkosten die produktionskosten und was weiß ich nicht alles 150.000 minus genau so und nicht anders haben was erwartet so wir brauchen den da jetzt wir holen erstmal wieder wie üblich am morgen die paletten ab die noch in den produktionen sind beziehungsweise wir gucken auch dass wir einmal das holz rüberbringen ins sägewerk weil wir wenn wir sehen das sägewerk hat noch für 36 minuten holz das ist nicht viel das ist gar nicht viel das heißt wir werden jetzt auch in diesem monat relativ wenig arbeiten schätze ich mal weil es ist einfach nicht wirklich viel zu tun so jetzt habe ich mich hier festgefahren oh komm so jetzt aber wir können aber hier hinten durch schlüpfen dann sind wir schneller bei den holzpaletten ich denke mal oder ich hoffe besser gesagt gut es ist einiges es ist auf jeden fall einiges so ja holz wird hier nicht angenommen das ist mir schon klar das ist die richtige ablade seite ja jetzt müssen wir erstmal gucken dass wir unser problem hier mit den production info hat wieder hin bekommen sprich dass wir wo es wichtig ist sachen verteilen na klar müssen wir auf jeden fall schauen ob wir jetzt für die ganzen produkte hier endlich bestreise bekommen und das können wir ja mal schnell machen wir fangen mal wieder an bei den brettern brettern die müssen doch eigentlich irgendwo hier oben dabei sein hier sind bretter so wir gucken 1400 wäre der höchstpreis und es ist immer noch nicht das verstehe ich nicht ja gut ja gut dezember januar weg wir können es immer noch nicht verkaufen und wie schaut es hier aus ja hier wäre im januar da sind wir jetzt auch irgendwo ganz weit weg 12 65 ne das bringt es nicht wir können einfach noch nicht verkaufen was das aber für uns heißt wir bekommen da jetzt langsam aber sicher ein finanzielles problem wir können mal schauen gleich werden wir einmal zur zuckerfabrik hochfahren gucken wie es da aussieht was wir an zucker haben vor allem was wir an äh äh seliermittel haben weil das bringt na klar richtig gutes geld so aber vorher oh nein 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 nicht kippen hier einmal kurz den zucker abholen der hier ist wo wir da klar auch äh gucken könnten wegen äh Produkten die wir verkaufen können wäre Dünger und äh vor allem der Flüssigdünger und es wäre noch Option auch wenn es Dezember ist können wir ja mal reinschauen äh äh wie es mit Missionen aussieht aber trotz allem ich lass mal die Zeit jetzt wieder auf fünffach laufen damit wir da auch einfach vorankommen weil wie gesagt viel viel arbeiten werden wir nicht und dann kann die Zeit auch durchaus ein wenig schneller laufen ja das siegewerk das hat jetzt für 17 stunden es ist nicht viel das holz also da müssen wir uns vielleicht mal was überlegen ja Fermenter Gras Silage für die BGA müssen wir gucken Dünger Herstellung braucht Kompost das ist kein Problem die Werkstatt braucht Bretter okay ja gut die haben wir ja hier eingelagert das ist also auch nicht das große Problem beziehungsweise warte mal da können wir doch direkt hier vorbeifahren ist das auch hier ja guck mal Bretter äh gehen weg dann hauen wir hier jetzt einfach mal äh die Werkstatt mit Brettern voll ich weiß nicht wieviel da reingeht gut 50.000 machen wir mal entweder werden wir leer oder egal so ich glaube wir haben hier hinten noch Bretter drauf ja guck mal da geht noch was raus ich glaube die Bretter kriegen wir alle hier unter dann ist da erstmal Ruhe denke ich mal in der Werkstatt und da brauchen wir uns dann nicht äh weiter drum kümmern in den nächsten irgendwie 100 Jahren vermutlich nicht so zack Bretter sind weg so jetzt fahren wir mal hier ein bisschen durch den Wald und während der jetzt hier gleich ablädt gucken wir mal ob es Missionen gibt es könnte wenn dann vermutlich eigentlich nur Pflüge Missionen geben schätze ich mal wenn überhaupt ja grubbern wollen wir nicht äh haben wir keine Zeit und keine Lust zu ja dann warten wir mal bis das ganze Zeug hier weg ist zack 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 äh gut ähm ähm dann äh schicken wir den doch mal Zuckerabholung äh da kann er nämlich alleine rauf äh fahren und wir können äh schauen was wir sonst noch so zu tun haben na gut wir könnten äh die Sachen einfach mit dem hier fahren weil der hat einfach den größten äh Anhänger das heißt was brauchen wir Holzgras, Diesel, Silage, Kompost für die Düngerherstellung und die, ja gut die Düngerherstellung braucht Mist da haben wir halt äh aktuell äh schlechte Karten weil äh kein Geld gut gut wir könnten jetzt äh wieder hingehen und wieder Kredit aufnehmen aber wir haben gerade so schön zurückgezahlt also ähm ähm nein machen wir nicht äh das ähm nächste Woche oder sollen wir doch die die grubber Mission machen äh mein Curseplay äh würde ja regeln äh im Hintergrund äh ich weiß nicht ich glaub eher nicht ich glaub eher nicht ich glaub eher nicht wir fahren jetzt runter zum Komposter holen da einmal Kompost ab äh bringen das in die Düngerproduktion rüber äh dann würde ich sagen fahren wir einmal Silage zur BGA ich denke mal äh im Fermenter dürfte auch äh inzwischen wieder mehr als genug drin sein und dann müssen wir eben schauen wo wir noch äh irgendwie äh Geld herbekommen ja wenn der LKW oben äh bei der Zuckerfabrik ist äh werden wir dann sehen was wir da an äh äh Siliermittel haben dann würde ich das nämlich auf jeden Fall auch äh verkaufen wollen aber sonst müssen wir halt auch nochmal einen äh Überblick machen wie es denn gerade bei den Produktionen generell so aussieht aber ich glaube das werden wir erst morgen machen heute schauen wir zu dass wir noch äh das was offensichtlich ist ui äh ein bisschen äh wegarbeiten so aber genau wir können während der voll läuft äh machen wir mal den Produktionscheck hier ja gut es ist zwar noch einiges da aber es ist weniger geworden hier haben wir auch schon wieder richtig viel Düngerproduktion Mineraldünger Flüssigdünger ja guck mal da könnten wir durchaus einfach auch mal ein Anhänger wegfahren dann dürften wir Geld im Überfluss haben Silage 500.000 Liter ja Futterfabrik steht aktuell die Holzfäller laufen Komposter sieht auch gut aus Siliermittel Zuckerrüben da haben wir keine Zuckerrüben mehr das heißt den machen wir einfach mal aus oh das wird der LKW sein äh ja das ist egal hier alles ähm Leerpalette ich bin auch überlegen ob wir den Leerpaletten Schichtbetrieb mal rausnehmen ähm ne wir lassen es mal wir lassen es mal die Werkstatt produziert Wartung äh die Zuckerrübenfabrik da oben äh hat schon was verarbeitet das heißt da werden wir auf jeden Fall auch gleich mal hinfallen da haben wir auch Kompost ok also wir können noch das eine oder andere wahren ja mit dem riesen Anhänger hier raus äh ist nicht so einfach das heißt wir glauben wir fahren so rum und äh gucken dass wir irgendwo hier drehen aber vorher machen wir mal was anderes das war ja ursprünglich mal unser Silage Fahrrad und das wird er jetzt auch wieder machen ähm äh äh Elemente Abholung BGA Anlieferung lose mit Silage und los geht's dann brauchen wir uns nicht um die Silage kümmern sondern können äh ja Kompost fahren können hier fahren können da fahren Mineraldünger 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 werden wir gleich einmal laden und äh den dann äh verkaufen weil ich glaube so 70.000 Liter Mineraldünger dürften äh sehr gutes Geld bringen so aber wir machen mal hier kurz ein Bildchen äh von den beiden Kollegen so zack zack und weiter geht's so wie gesagt die Holz äh Produktion äh wir werden über kurz oder lang nicht drum rum kommen noch nen weiteren noch nen weiteren Ding zu holen na äh Holzfäller so Kompost guck mal da ist das erledigt ich würde sagen wir holen jetzt einfach noch äh mehr Kompost hier raus und bringen das hier rüber so viel wie da ist ganz einfach Ups falsche Taste war das aber dann würde ich sagen äh wir sehen uns äh dann hier an dieser Stelle morgen wieder dann gucken wir mal das ne nicht morgen heute Nachmittag Mann äh heute Nachmittag dass wir gucken dass wir wieder ein bisschen äh zu Geld kommen äh ja würde ich sagen äh schaut rein äh dann Ancient Select um 15 Uhr geht es nach klar weiter bis dahin macht es gut und tschüss unsere locust Untertitelung des ZDF für funk, 2017